Hui, da komme ich heute mal aus der Versenkung. Sagen Sie mal, geht Ihnen das nicht auch so? Steht Ihnen das Wasser nicht auch unterkannte Oberlippe, wenn Sie sehen, wie die Merkel von einem Sandsackgipfel zum nächsten hüpft? Und 100 Millionen hat sie versprochen für die Flutöpfer, das hat sie im Gepäck. Für Europa, da hat sie Milliarden ausgegeben, ihr eigenes Land säuft ab, da hat sie 100 Millionen für übrig. Frau Merkel, Sie sollten sich was schämen. Nehmen Sie Ihre Misere mit der Drohne, die kann ja eh nicht fliegen, hat 500 Millionen gekostet. Vielleicht kann sie auch nicht schwimmen, also steigen Sie mit der Misere ein, ab in die Elbe, tief tauchen und dann sind die 500 Millionen gut investiert. Tauchen Sie bloß nicht wieder auf.